hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns kostenstellen in sap näher an bevor wir loslegen können bitte ich dich diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den business transfer anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los eine der wichtigsten stammdaten im controlling modul von sap co sind kostenstellen ich versuche folgende fragen zu beantworten was kostenstellen in sap sind welche transaktionen im zusammenhang häufig benutzt werden und welche tabellen dabei verwendet werden zunächst was ist eine kostenstelle in sap in der betriebswirtschaftslehre ist die kostenrechnung eines der wichtigsten instrumente überhaupt der grundgedanke in jedem unternehmen gibt es sogenannte gemeinkosten die keinem produkt direkt zu rechenbar sind zusätzlich dazu existieren einzelkosten diese wiederum können einem produkt direkt zugeordnet werden aufgabe der kostenrechnung ist es jetzt die genauen kosten für einzelne produkte zu bestimmen insofern müssen insbesondere die allgemeinen gemeinkosten wie beispielsweise für verwaltung lagerhallen oder auch vertrieb auf produkte umgerechnet werden denn nur auf basis nur auf dieser basis lassen sich wiederum preise für die güter bestimmen bzw deren wirtschaftlichkeit überprüfen die kostenstelle beantwortet dabei die frage wo sind die kosten angefallen es kann sich beispielsweise um den kostenbereich der produktion oder das marketing handeln sehen wir uns das nun im sap an und zwar befindet sich der bereich der kostenrechnung im ordner rechnungswesen controlling und kostenstellen in diesem gibt es nun die stammdaten zu den kostenstellen und diese können unter der einzelbearbeitung angesehen werden dort befinden sich auch eine der drei wichtigsten transaktionen für die kostenstellen und zwar die ks01 für das anlegen einer kostenstelle ks02 für das ändern der kostenstelle und zu guter letzt die ks03 für das anzeigen einer kostenstelle sehen wir uns nun mit der transaktion ks03 eine kostenstelle exemplarisch an mit doppelklick komme ich nun auf dieses menü und kann nun eine bestimmte kostenstelle auswählen dadurch dass ich keine auswendigen im kopf habe werde ich nun die ersten 500 kostenstellen auswählen ich bestätige mit ok und erhalte nun ein ergebnis der ersten 500 kostenstellen für diesen kostenrechnungskreis ein blick darauf zeigt uns dass die kostenstelle 1230 im kostenrechnungskreis 1000 und buchungskreis 1000 sich befindet und der verantwortliche mit diesem namen und die kostenstelle betrifft energie ein doppelklick auf diese kostenstelle ermöglicht uns nochmals auf die stammdaten zu navigieren und können somit noch die einzelnen details näher ansehen nachdem wir uns nun ein exemplarisch eine kostenstelle angesehen haben möchte ich noch auf die möglichkeit beziehungsweise auf die darstellung der kostenstellen in kostenstellen gruppen diese befindet sich einen ordner darunter und zwar in den kostenstellen gruppen darin gibt es nun auch wieder die möglichkeit diese anzuzeigen ändern und anzulegen diese sind wiederum sehr wichtige transaktionen eine weitere transaktion die ich vorstellen möchte befindet sich im ordner kostenstelle und zwar die ks 13 und zwar den stammdatenbericht wenn ich nun diesen ausführe und zwar kann ich das auf eine kostenstelle ausführen das sieht wie folgt aus ich kann aber und das ist vermutlich interessanter wenn ich einen schritt zurück gehe und eine kostenstellen gruppe auswähle ich bestätige diese mit ok und erhalte nun einen stammdatenbericht zu dieser hierarchie aller verfügbaren kostenstellen kommen wir nun zu guter letzt auf einem wichtigen bericht und zwar den kostenstellen bericht zwischen ist und plan sowie deren abweichung ich gehe einen schritt zurück und rufe die transaktion salr 870 13 611 welches sich auch unter diesem video befindet auf und gelange nun in ein menü in diesem kann ich dann nun den kostenrechnungskreis angeben sowie das geschäftsjahr und die einzelnen perioden wenn ich nun diese ausführe und zwar auf kostenstellen gruppe kann ich diese ausführen und erhalte nun wie hier zu sehen für diese kostenstellen gruppe die b und entlastungen auf kostenarten ebene das kann sehr hilfreich sein für weitere analysen die einsicht welche kostenstelle sich unter welcher kostenstellen gruppe befindet kann wie folgt eingesehen werden und zwar unter den kostenstellen gruppen und zwar der ksh 3 ein doppelklick darauf sowie die auswahl der entsprechenden hierarchie in diesem fall möchte ich die kostenstellen gruppe h1 ich kann natürlich auch wir die verfügbaren kostenstellen gruppen anzeigen lassen in meinem fall will ich h1 und klicke auf die hierarchie bestätige den hinweis und erhalte nun eine auflistung der einzelnen kostenstellen zu den kostenstellen gruppen wie hier zu sehen die in standhaltung besteht aus diesen drei kostenstellen 4300 in standhaltung 4320 fuhrpark 4350 in standhaltung fremdfirmen wie ihr seht könnt ihr mit diesen wichtigen transaktionen einen guten überblick über kostenstellen erfahren und zu guter letzt möchte ich auch noch auf die entsprechenden tabellen innerhalb dieser kostenstellen hinweisen dazu wechseln wir in den data browser und zwar mit se 16n und darin rufe ich noch die tabelle auf csks und zwar handelt es sich dabei um diesen kostenstellen stammdatensatz wenn ich nun diese ausführer erhalte ich nun die entsprechenden kostenstellen sowie die kostenrechnungskreise und viele weitere beschreibende attribute das ist eine der wichtigen tabellen zu den kostenstellen eine weitere ist die tabelle cskt und zwar handelt es sich dabei um den kostenstellen texte und den gültigkeitsbereich der einzelnen kostenstellen und nun sind wir auch schon am ende ich hoffe ich konnte euch das thema der kostenstellen im sap näher beibringen und falls ihr fragen oder auch tipps dazu habt hinterlassen einfach ein kommentar ich freue mich sehr wenn du auch im nächsten video mit dabei bist bis dahin alles gute und viel erfolg